. 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 von dem 43. Paratruple-Battalion von der Czech Republik. Heute haben wir auf der Firing-Range in Polen und wir sind mit den deutschen Kameraden mit den deutschen Kameraden. Acht mit deinem Seite, mit dieser Seite, auf der Explosion und dann auf die APC auf der Firing-Range. Auf der Firing-Range sind wir mit unseren Chechen-Motoren und den deutschen Motoren. Wir verändern uns sehr viele Erfahrungen und Geschäfte mit beiden Firingen. Wir haben direkt Firing von der 81-mm Motoren-Dach und für den Chechen 82-mm Motoren und der 60-mm Motoren-Chechen-2.